willkommen zurück zu minecraft und ich sag nur hier dafür dazu naja ich habe gerade kein skin drin weil ich unser intel gerade abgekackt ist also ich habe gesagt auch mein vater musste es für eine stunde ausmachen und in der stunde dachte ich ja nehme ich mal auf texture pack ist ja noch schön nur erwirtschaften bekomme ich dann vielleicht wenn ich irgendwie baumfälle oder so aber die map bleibt die kann ich dann auch noch weiterhin verwenden also wieder auf so mit login und alles und beim letzten mal war ich hier stehen geblieben einfach das haus die etage einhörer zu machen ich wundere mich hier gerade nur ein bisschen ist das holz nicht ein zu tief doch eben nein das ganze holz ein zu tief vor Ort und sie richtig tun k k ja da muss sich gleich anscheinend um vielleicht baumfällen mal in die kiste Lucke kann es aber ein eisenachs die nämlich auf jeden Fall mit die ich allerdings glaube noch nicht benutzt oder das habe ich da ist noch das ist gut zack 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 der Montag sieht aus wie ein Schwert aber nee gar nicht Clean Storm brauche ich eigentlich doch zwei Stück brauche ich ja so war das schien hat er ja wie im Info Video was glaube ich vor 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen Ich nehme an dem Tag auf als das Info Video hochgeladen wurde und aufgenommen deswegen also ich habe es jetzt gerade hochgeladen vor fünf minuten ungefähr zum info video ja wie ihr mitbekommen habt ist das therese abgebrochen also beide und ja falls ihr das noch nicht gesehen habt guckt mal ins info video da wird alles gesagt zum beispiel auch dass ihr jetzt einen therese mitmachen könnt wenn ihr wollt es muss auch nicht minecraft sein das habe ich im info video nicht gesagt was weiß ich was ich eigentlich noch lässt gehen wollte ist super mit boy das könnte man dann sozusagen als bettel machen wobei ich erst ein controller kaufen muss bevor ich das machen kann aber das ist ja tolle ich glaube bis morgen das geht soll ich so ein high-end Ding sein weil ich das auch nicht so oft brauchen werde wahrscheinlich noch für super meatball aber wofür denn sonst keine ahnung also evo shooter zog ich sowieso nicht mit controller und ich habe xbox 360 und ps3 nicht aber ps2 und ich bin nicht wirklich ein konsolenzocker also da habe ich hier jetzt mal so am rand holz und dann kommt da der boden hin sieht bestimmt gut aus hoff ich ja was gibt es denn noch hier so neues was gibt es denn noch hier so neues Facebook habe ich, ja, habe ich schon gesagt, glaube ich. Im letzten Part war das. MW3. Also, wenn ich schon beim Infovideo war oder bin, kann ich auch weitermachen. Ja, also, ich werde mit einem Kumpel MW3 Multiplayer Let's Play. Also, ich sehe es nicht so, jeden Tag kommt das, sondern ab und zu. Zumal, wenn wir so Bock haben, nehme ich auf und dann, ja, mit ihm. Er macht wahrscheinlich einen MW3 Singleplayer. Wenn er es wirklich macht, dann sage ich euch Bescheid, könnt ihr gerne reinschauen. Ich werde Battlefield 3 Singleplayer und Multiplayer Let's Play. Auch wahrscheinlich mit ihm. Wenn er sich Battlefield 3 holt, hat er eigentlich auch vor. Wenn ich dann, also, wenn ich dann irgendwann mehr Abonnenten habe oder wenn jemand von euch Bock hat, mit mir zu zocken, schickt mir eine Freundschaft an und frage, ich habe jetzt noch kein Battlefield 3. Und wenn doch, schreibe ich meinen Namen in die Beschreibung. Ich werde mich wahrscheinlich so nennen, wie ich hier auch heiße. In Battlefield Bad Company 2 heiße ich ja nicht so, sondern meinen eigentlichen Gamer-Namen. I-Jump. I-Jump. Also, I-Jump. J-U-M-P. Wie ich darauf gekommen bin. Wie bin ich denn da? Achso. Früher, vor zwei Jahren ungefähr, habe ich mal ein bisschen gejumpstylt, aber jetzt nicht so professionell, sondern eher so. Auf Partys, aus Langeweile mit Freunden und so. Und ja, dann habe ich mich immer Jump-Style erinnahnd. Dann nach Jumper. Dann ging das rüber zu Jump und dann habe ich ein paar Pros gesehen, so in Games. Die hießen dann zum Beispiel so wie Apple, so iPhone, i-irgendwas. Ja, und deswegen habe ich mich i-Jump genannt und seitdem heiße ich so seit einem Jahr ungefähr. Ja, und gleich sind wir auch fertig. Ich hasse so eine Arbeit, wo man crouch muss. Also ducken, schleichen. Okay, die Sonne geht auch unter. Da beieil ich mich jetzt, wenn der jetzt mal was machen würde. Oh, Mann. Ich brauche viel zu nahe Arbeit, Hass. Ich jetzt, also... Mich hat auch schon jemand als PM gefragt, ob ich eigentlich noch... Oder ob ich überhaupt The Last Plays von anderen angucke. Aber in der Tat, äh, ich gucke... Also richtig verfolgen jetzt nicht wirklich. Bei... Also einer meiner Favoriten... Das wissen auch die, die schon meinen Together gesehen haben. Ist Sips LP und Table Tennis Gamer. Deren Let's Play Together Minecraft gucke ich mir auch an. Ich bin auch auf dem Stream dabei, so wie heute. Weil heute ist gerade Mittwoch, der 22.02.2012. Und da bin ich auch wieder bei... Ähm... Sips im... Stream. Ja, und da... Mache ich gleich mal die Wand hier fertig. Ja, das mache ich jetzt. Ist ja jetzt nicht so anstrengend. Moment. So. Zwei Stacks... Du durft mir reichen. ich weiß erst mal diese Dinger hier damit ich ich nachher wieder überlegen muss wo ich Fackeln hinsetzen muss und hier ruckelt es gerade jetzt nicht mehr komm schon so komm jetzt einfach mal alles weg ich hab da bin ich ins Loch gefallen ich weiß gar nicht dass da ein Loch ist aber egal ich hab auch zu viel Öfen hier so viel wird man noch niemals brauchen aber ich muss mal ehrlich sagen die Map die ist gar nicht schlecht hier wir sind im Wald wir haben immer genug Holz nebenan ist so ein Sand also eine Wüste haben wir immer genug Sand Dschungel brauche ich jetzt nicht wirklich also jetzt nicht Dschungel von 1.2 sondern diese Sumpflinge ne wofür denn was will ich denn mit denen für diese hässlichen Dinger da wer heißen die normalianen oder so ne schon mal die Spitzhacke und dann gehts weiter so glaub ich jetzt erstmal alles raus und dann später sollst du rein Tab Tag 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 Thomas Tag und jetzt kommt das Häuschen Getötet Dir Prozent Prozent gleich ist mal bettet die Welt 2 Prozent ja immer noch nicht weiß dass es schon bei der Füße 3 gibt und ich weiß dass bei der Füße Koppel ist weil ich mit so viel zu tun als schon älter ist aber trotzdem machen das Spiel Spaß und warum denn nicht ich hätte er nicht damit ich Prozent was weiß ich mehr Abos bekommen oder so ich lasse Play aus Spaß ich weiß oft genug ja irgendwie naja Geld gleich kann man zumindest nicht sagen weil ich noch kein Partner bin so gute Nacht ja und ähm was mache ich denn heute das ist jetzt echt mal eine Frage weil ich keine Ahnung hab was ich jetzt noch machen kann holz 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 xp habe ich jetzt keine Lust was ich jetzt noch weiß ich ja ich gehe jetzt mal wieder in den Cave auch wenn es euch so oft aufregt weil ich halt nun fast nur im Cave bin aber Leute ich brauche erst ganz viel Material und vor allem große brauche ich wieder ne ne ihnen ne nee ne so ach traurig kann ich eigentlich options Töder back hm Das ist egal. Und ich verschwende die jetzt mal, weil ich es drauf hab. Das war schon übertrieben schnell. Da, zack, 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 ich red grad wieder wenig, weil ich... Eigentlich war das und der viele Sinner kann machen, aber... Was soll es, was soll es, ich will nur irgendwie was zacken. Ich hatte grad schon Bock auf Minecraft, nur mir fällt grad nicht an, was ich machen kann. Was ja cool wäre, wenn ich einen Slime-Shank finden würde, wobei ich jetzt auch meine Pisten versuche ich mit Pisten zu bauen. Ich könnte auch mal Vorschläge machen, was ich so überhaupt bauen kann. Das ist doch mal ein Cave, hoffe ich. Und ich hab Lava gefunden. Was ist das denn? Was ist das denn? Das versteh' ich, Alter, das ist doch krank, die sind doch alle krank, die von Mu, äh, Major, Mu Young. Mu Young heißt das, vielleicht nicht. Nein. Nein. Ich hatte die ganze Zeit Mobs aus. So schlau wie ich bin. Jump in one. Oh, sicher. Ja, das warst du. Sag, Mann. ignor, das warst du. Alles klar. Ja, das warst du. Schlauwist nicht. Nu warst du. Ja. Ja. Lass mal hier alles zu Obsidien machen. Ach. Ach, guck mal. Wäre so ein Stuhl. Oder so was heißt. Okay, wie komme ich da jetzt am besten hoch? Schritt 1. Eine Treppe bauen. Ähm. Zack. 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 Schritt 2. Ich bin schon da. Boah, leckt aber gerade ein bisschen. Hallo, Zombie. Ich höre ein Skelett. Ach, da oben. Der trifft mich auch noch. Ich hab Essen dabei. Zum Glück, zum Glück. Ja. Kuh, Kohle, Ohre, was abzufahren. Yeah. Leute, ich muss da auch erst mal weg. Äh, zumindest mal tschüss. something. Ich hab da.